Esposito, das Ding will er selbst durchziehen. Viermann Mauer bei Ibe, oh Esposito, ein Geniestreich! Schweden wollen da auch mit diesen knackigen Zweikämpfen natürlich dem FC Beter St. Schneid abkaufen, aber der Basler Angriff, der rollt, das ist die erste richtig gute Chance, ausdecklärt von Esposito Ried. Frei, jetzt ist etwas Platz, guter Pass von Lopez, herrlicher Pass, Lopez, Jemans, Ball auf Esposito, Moridja hat die Ecke geschlossen, Mila. Nein, muss man eigentlich nicht diskutieren, ist eigentlich gelb, fertig Schluss. Essposito, Eiskovo! Zuerst haben wir das Mai Stoß von Eispozito. Ah, direkt aus Stoho, unter David Ausdeck. Essposito! Essposito! Essposito, Espozito noch, er hat Diabit, er hat den 3. und Gabriel erhebt nur eine Gäste. Er begeistert, applaudiert. Sebastiano Espozito auf der Suche nach seinem dritten Saison-Tor. Da bleiben mir die Worte weg. Erneut geht da einer, vergetzen, 3-0. Jetzt klappt es. So, Stocker. Sucht wieder Kasami. Möglichkeitspariert von Fikenscher. Stocker. Gabriel. Esposito mit dem Aussenriss. Sagenhaftes Tor. 4-0. Inovations bereits. Gabriel. Esposito. Wieder der Italiener. Diesmal bleibt er hängen. An Kevin Fikenscher. Jedanschekrova. Holt sich den Ball von Totti Gomez. Und in der Mitte. Ein Profiteur, ein Nutznießer mit dem 2-0. Für Venezia. Und er soll jetzt für Tore sorgen, für den FCB. Totti. Und Schekrova verzieht. Doppelschekrova.